Ich bin es Leid mit dir. Du denkst dir das alles einfach so aus, oder? Ich habe auch nicht erwartet, dass sie die Bedeutsamkeit verstehen würden. Ein Mann ihrer bescheidenen Intelligenz könnte so etwas auch gar nicht begreifen. Von wo spricht denn Kayn jetzt hier? Aus der Deckenkamera? Das nützt mir nichts. Oh Mann, wie soll ich die denn jetzt down kriegen? Das geht doch gar nicht. Nicht mit den Waffen, die ich habe. Raketenwerfer. Raketenwerfer habe ich ja dummerweise auch immer nur einen Versuch. Ich glaube nicht, dass das was wird. Na, komm her. Oh, ne. Scheiße, man sieht sie auch nicht. Man sieht sie nicht. Wo ist sie? Keine Chance. Keine Chance. Und das Doofe ist ja, wir müssen, oder ja, wir werden sie killen müssen, um diese Zugangskarte zu kriegen. Computergestützte, biologisch verwässerte Lebensformen. Da war sie. Bitte alle nicht notwendigen Prozesse schließen. Ich komme ja auch nicht nah genug ran, um irgendwie den Chemiewerfer oder sowas einzusetzen. Vor allem nicht, wenn sie immer hier hin und her springt. Autsch. Ah, das wollte ich doch reinsammeln. Autsch, das war dumm. Da habe ich mich selber getroffen. Und tot. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe. Spiele laden. Nein, kann ich leider nicht. Dieses trecksunsichtbar machende, was auch immer. Das wird so nichts. Ionenkanone habe ich nur einen Schuss, das nützt mir aber auch nichts. Ach ne, ich habe noch mehr Schuss. Ah, okay. Aber damit müsste man natürlich auch treffen können. Ich kann es damit mal versuchen, aber ich glaube auch nicht, dass das funktionieren wird. Aber wir werden sehen. Seid zu sterben. Ionenkanone. So, ist sie jetzt da oder ist sie da oben? Ja, nicht wirklich. Oder? So. Wenn sie mich jetzt noch einmal trifft, bin ich auch schon wieder tot. Und ich weiß leider nicht, wo sie ist. Ich speichere, glaube ich, zwischendurch noch mal. Das war ein Fehlschuss. So. Ich bin jetzt gerade etwas still. Ich muss mich einfach konzentrieren. Shit, das war daneben. Das TV-Video hat dich überflüssig gemacht. Na, komm schon. Ich bin es leid, mit dir zu spielen. Zeit zu sterben. Ich bin es leid, mit dir zu spielen. Und keine Ruiz-Phone mehr. Zeit zu sterben. 18. Scheiße. Da ist sie. Mit deinen letztlichen Angriffen kannst du mir nicht schaden. Okay. Fuck. So knapp davor. Wahrscheinlich war... Ja, Ionenkanone ist, glaube ich, die beste Option, die wir gerade haben. Ich hätte gerade eben noch mal speichern sollen. Komm, zeig dich. Zeig dich, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich sehe sie noch nicht. Fuck, das war daneben. Ja, zweimal daneben, das war dumm. Komm, spring da rüber. Scheiße. Okay, ich speicher jetzt nochmal. Okay, ich speicher jetzt nochmal vor. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja. Oh, endlich. Scheiße, ey. Oh, meine Fresse. Das war übel. So, und jetzt gib mir deine... Aua. Gib mir deine verkackte Zugangskarte. Die hier... Sie war doch hier, oder nicht? Shit. Nein. Ach, das kann nicht wahr sein. Na, komm schon, hier, nimm das. Und du fettes Schwabbelviech. Mit dir. So, und ich wette, da sind jetzt noch mehr. Und ich bin jetzt tot, wenn ich hier hochlaufe. Da ist noch so ein Schwabbelviech. Da ist Energie, da muss ich erstmal hin. Meine Fresse. Oh, machen wir Energie. Wo ist das Schwabbelviech? Da. Kann ich den denn mal eben bis zu C4 in die Fresse werfen? Hier, nimm das. Na, geil. Das Werfen, das sollte Hervor auch nochmal ein bisschen üben. Das funktioniert auch noch nicht so ganz. So, kann ich... Äh, komm, ich fange hier hinten da ran. Ähm, Scharfschüssengewehr ist nicht wirklich effektiv. Was haben wir denn sonst noch? Pistole. Äh. Das ist auch nicht wirklich effektiv. Ich fände es cool, dass man die Pistole immer wieder nachladen kann. Egal, ob das Magazin voll ist oder nicht. So, weg, weg, weg. Stirb. Ohne entsprechende Sicherheitsvorgerungen zu trennen. Das ist ein Pass. Oh, meine Güte. Ach so, den Kram brauchen wir gar nicht. So, da, Zugangskarte. Ah, mein guter Freund Captain Parker, zurück aus dem Grab. Offenbar war Elena nicht so gut, wie ich gedacht habe. Egal, ich habe einen Notfallplan. Achtung, Startsequenz der Atomrakete eingeleitet. Sydney. Alle Wartungsmannschaften sofort, dass sie dort räumen. Ah, holt ihr vor. Ich fühle mich ganz krank. Schluck's runter, wir müssen hier raus. Bringen Sie Sydney Möbius an die Oberfläche. Beschützen Sie sie gegen jede Gefahr. Achtung, arbeite nicht alles in den Weg. Die Atomrakete wurde gestartet, habe ich das richtig gehört? Beschützen Sie Sydney, ja, machen wir. Äh, Sydney, kommst du dann auch vielleicht? Ja, ich... Hä, hat sich das hier gerade wieder hin teleportiert? Aha. Ja gut, Sydney, dann, äh, man sieht sich. Wenn sie nicht mitkommen will, dann selber schuld. Ach so, jetzt sind wir hier oben wieder. Leider immer noch ohne Munition. Sydney. Ja, ist mir egal, ich gehe weg. Oh nein. So, hier. Ihr seid dafür anfällig. Sydney. Nö, ganz ehrlich, ich gehe weg. Ist mir doch egal, dann soll die halt hier bleiben. Ich weiß allerdings noch gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Ach, die sind ja auch alle auch hier. Hier, nimm das. Da müssen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Ach so, und dann können wir jetzt durch die anderen Türen, die... Wo waren? Da hinten? Das war doch hier, oder? Oder nicht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Geh weg, ich hasse dich. War das... Ah ja, genau, hier war es. Ich seh dich. Ungläufe, ja, ja. Ja, das ist so. Nachladen, nachladen. Shit. Das war gerade ziemlich dumm. Gib mir die Rüstung. So, hier ist noch mehr Chemiewerfer. Ja, ich weiß nicht. Sydney ist immer noch, äh... Jedenfalls nicht hier. Ich hoffe mal, wir können die Mission trotzdem abschließen, auch ohne sie. Schalter, Schalter. Schalter, Schalter. Ach so. Aha, aha. Schalter. Nein. Nein, nicht nach unten. Nuklear. Hä? Wieso soll ich die Rakete aktivieren? Äh, was soll ich denn... Na... Wo bin ich hier? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Okay. Wie auch immer. Hier, nimm das. Du fettes Schwabbelviech. Nuklearrakete aktivieren. Ja. Wo? Wie? Ja. Wo? Wo? Knopf. Aber der ist nur für den Fahrstuhl. Ja. Das heißt, hier müssen wir weiter nach oben. Moment, da oben... Äh, okay. Da oben werden wieder Leute sein. Ja los, jetzt fahre ich doch nach oben. Keine Leute. In den Labors, bitte nicht raus. Wo sind wir jetzt? Hier ist kaputt. Hm. Naja. Egal. Fahren wir halt alleine nach oben. Ich seh euch. Oh. Da geht es weiter nach oben. Wo sind wir denn hier? Da kommen wir hier am Ball. Nein, da ist auch kaputt. So ein Zufall, dass diese Türen alle beschädigt sind. Und da hat... Ja da fu jer am... Da...